jetzt geht es wieder los hier april update für alle die wunderschöne übersicht und alle fans die auf zahlen daten und fakten stehen das ist genau euer video wir haben seit november den ev für alle aktuellen standard sets berechnet syndica rising kildheim strikshaven die in die adventure in the forgotten realms midnight hunt crimson war und jetzt auch kamigawa neon dynasty und am 29 vierten kommt streets of new carpenner da sind die spoiler aber noch nicht komplett ganz kurz vorab die pinke schrift hier bedeutet das war der release des sets nur dass ihr wisst was es bedeutet und hier bei strikshaven im november hatte ich das mystical archive noch nicht einberechnet deswegen ist es durchgestrichen ansonsten haben wir hier vorne den aktuellen preis bei kartenmarke zuzüglich versandt ich hatte in den letzten monaten immer inklusive versandt aber wenn ihr drei displays kauft bezahlt ja auch nur einmal versandt also deswegen habe ich hier zuzüglich versandt gerechnet syndica rising 85 90 kalt 91 und so weiter das könnt ihr hier ganz gut nachvollziehen dann haben wir hier die preise der letzten monate den ev sieben tage durchschnitt und jetzt im april werden wir den sieben tage durchschnitt und anschauen die differenz bezieht sich auf den aktuellen wie gegenüber dem einkaufspreis und den monatsentwicklung bezieht sich immer auf den vormonat das heißt wir haben hier zwei kennzeilen die wir anschauen den ev und die monatsentwicklung und ich gehe jetzt bei jedem set nur auf die offensichtlichen dinge ein und bei syndica rising hat sich nicht viel getan außer dass zwei rares abgestraft wurden wir nicht die mythic rares sind im schnitt 4 euro 89 wert die waren letzten monat 4 euro 86 wert das heißt mythic rares hat sich nicht viel geändert die rares waren bei 1 euro 7 sind jetzt nur noch bei 1 euro 2 und zwar größtenteils wegen skycliff apparition und luminac aspirant der fliegt eigentlich auch raus wenn er unter einem euro ist ich habe ihn aber drin gelassen damit ihr seht wo er hin ist weil das ist eine karte die jetzt in den challenger dex 20 22 wieder kam der war vorher bei 2 euro 93 und die skycliff apparition war bei 5 euro 57 ist jetzt bei 3 deswegen sind hier die rares ein wenig abgesunken ansonsten ist hier nicht viel passiert die box topper sind immer noch super stark teilweise also im schnitt bei 28 euro 90 und deswegen sieht die wie von syndica rising auch immer noch ganz gut aus und zwar haben wir hier ein ev von 106 euro 88 und 119 euro 83 das sind 1,5 prozent schwächere durchschnittswerte als vor einem monat aber die differenz zum einkaufspreis ist immer noch bei 20 euro 98 und 18 48 ganz wichtig an dieser stelle ist aber der box top ist 28 euro 90 wert solltet ihr ein box topper erwischen der weniger wert ist es gibt zehn diese unter zehn euro wert sind dann macht ihr hier holt ihr euch den evie nicht wieder rein es gibt auch box topper die 84 euro wert sind cabin of souls 50 euro polluted delta oder flooded strand dann sieht das hier schon wieder ganz anders aus das heißt nur der box topper sorgt dafür dass syndica risings evie positiv ist alles andere ist nicht so so stark bei kaltheim haben wir natürlich einen ganz prominenten verlierer und das ist der goldspan dragon die mythographs waren letzten monat 6 21 wert sind jetzt noch bei 5 78 im schnitt und der goldspan dragon ist von 20 92 auf 14 61 gesunken also über fünf euro weil er eben auch in den challenger decks drin war immerhin nur einmal oder schade aber er war einmal drin und das henchgate pathway das ist sind die azorius farben weiß und blau ist von 7 euro 3 auf 10 euro 99 gestiegen eigentlich sogar teurer das ist halt der sieben tage durchschnitt eigentlich ist es sogar ich glaube nur noch ab 12 euro 99 verfügbar bei card market steigt gut und zwar ich glaube das ähnliche wie bei double masters weil alle im modern jetzt ein azorius deck spielen wollen oder so also im double masters ist glaube ich das mystic gate oder mystic flat gate wir werden es nicht wissen weil das hier da gibt es nicht um double masters ja aber azorius länder steigen hier im preis und das ist das henchgate pathway davon nicht ausgeschlossen ansonsten ist hier nicht viel zu sagen faceless haven ist zwar auch im im deck aber ist ja sowieso gebannt wurden wir letzten monat oder vorletzt noch bei 5 euro die anderen pathways schwächer als sanica rising definitiv aber immer noch gute länder und hier haben wir keine box topper kann nichts deswegen ist der ev hier wie folgt bei 87 euro 23 beziehungsweise 104 euro 73 draft displays haben einen schlechteren wie als der einkaufspreis ist set displays haben noch einen besseren wie als der einkaufspreis ist haben sich auch minimal verbessert gegenüber letzten monat vermutlich wegen der höheren rare preise und ja fast gleich geblieben also oder weniger schlecht abgeschnitten als sanica rising aber deutlich schlechter wie als sanica rising dann schauen wir uns tricks helfen an tricks haben hat eigentlich nur eine chance überhaupt gut zu sein wegen des mystical archive denn bei strixhaven haben wir bei den mythographs wie immer den schlechtesten wert 2 euro 70 sogar noch 9 cent gesunken zu letzten monat da waren wir jetzt 2 euro 79 die rares sind aber auch schlecht letzten monat bei 67 cent jetzt bei 61 cent weil hier wurde einer der teureren rares elite spellbinder war bei 2 euro 48 ist jetzt noch bei 72 cent der elite spellbinder wirklich eine gute karte ist noch bei 72 cent und ihr seht halt die snarls sind da bei 1.28 bis 1.14 das könnten eben auch pathways sein und diesen 5 bis 10 euro wert deswegen ist dieses set halt so schwach vom preis wir haben wie immer die teuerste ankommen und die teuerste ankommen ist jetzt sogar teurer geworden als die teuerste rare prismari command ist ein bisschen preis gesunken und expressive iteration ist auf 6 78 gestiegen was absolut verrückt ist auch dragons approach eine starke kammen und wir haben das mystical archive wo wir im schnitt aus einer mythic rare 7 36 ziehen aus einer rare 1 euro und aus einer ankamen 14 cent und ja ihr seht es hier selber das mystical archive addiert bei draft displays 33 78 zum gesamt ev und bei set displays 28 15 und so kommen wir zu einem ev von 98 23 beziehungsweise 96 24 leicht positiver ev gegenüber dem einkaufspreis aber die monatsentwicklung ist auch düster das set wird immer schlechter 98,11 prozent beziehungsweise 97,04 prozent das heißt zwei bis drei prozent ist der wert gesunken vom letzten monat dann wie jeder set was am meisten gelitten hat und ein challenger decks die mythic rares da war nur eine betroffen und zwar imriss death at doom ist jetzt 1 euro 19 karte war bei 5 euro 31 und bei den rares haben wir eine ganze menge den of the bugbear hall of storm giants ranger class lehrer the hydra und paladin klasse 5 11 von 8 96 2 euro 14 von 5 euro 31 1 38 von 5 67 78 cent von 2,19 und 45 cent von 1,78 ganz schön abgestraft 1 euro 16 im schnitt auf 96 cent gesunken wir haben hier nichts besonderes außerhalb dieser rares und mythic rares also wir haben ein paar uncommons die über 50 cent wert sind und wir haben deadly dispute super teure commons bei 66 aber im grenze seht ihr es hier 83 euro 94 und 90 euro 72 schwächer als kaltheim und auch das set display ist das schwächste von allen noch schwächer als tricks haven und wir haben eine differenz von minus vier euro und minus zwei euro und auch die monatliche entwicklung minus vier bis minus sechs bis sieben prozent schlechter als letzten monat wegen der reprints der challenger decks weil ja dnd hatte schon echt nicht den besten evie und jetzt wurden die besten länder und karten auch noch gereprintet was soll man machen mit meiner hand hat auf jeden fall das überraschungsmomentum auf seiner seite das mitok massaker absolut verrückt es ist von 35 69 was schon unendlich teuer ist auf 44 89 gestiegen und unerklärlich kann man nicht sagen es ist halt ein staple im standard wahrscheinlich pioneer modern und im commander es ist halt einfach mass removal der auch liegen bleibt und die noch weiter leben kriegt und dann gegner pinkt super stark 44 89 für den mythic rares im aktuellen set lustiges die waren alle so bei 15 euro ne random 7 war mal bei 15 auch teferi huslos the sunset war mal die teuerste mythic rares hier aus dem set ist jetzt bei 4 87 wir haben nur noch fünf mythic rares die allgemein teurer sind als der durchschnitt natürlich wegen meethog massaker und intrepid adversary ist auch in dem mono weiß akkro deck wieder gedruckt worden ist jetzt 366 statt 6 euro 17 wert dann haben wir auch ein paar rares die gelitten haben insbesondere shipwreck marsch und memory deluge aber auch rockfall whale fateful absents brutal tag an den brutte kathar nicht aber tovela die overlaut brutte kathar ist der einzige der aus dem nichts erschien ist jetzt über einen euro wert deswegen taucht er hier auch voll war nichts wert guter remover on the stick vielleicht auch wegen der challenger decks weil man ihn dafür haben möchte und ja shipwreck marsch ist jetzt bei 286 von 7 euro 19 also ein drittel memory deluge war bei 5 47 bei 1 94 rockfall whale von 370 auf 1 64 faithful absents von 295 auf 1 51 und tovela von 224 auf 72 cent also die guten teuren karten die gereprintet wurden haben sich halbiert oder sogar teilweise gedrittelt das sieht man auch deutlich in der monatsentwicklung 96,5 prozent 95,96 prozent das heißt vier prozent im weniger wert als letzten monat 86,57 euro nur minimal besser als dnd 99,45 dank günstigen einkaufspreisen ist hier der ev von dem set display noch im plus aber mit mit hand wurde auch teilweise kaputt gemacht wie den die afr durch die challenger decks dann haben wir den kleinen bruder von mit night hand das ist crimson wow crimson wow hat jetzt nicht so viele reprints erfahren allerdings auch ein paar henrika dominati von 4 euro 1 auf 1 euro 90 gesunken aber ansonsten haben wir einen cultivator kolossus der sich gut entwickelt hallowed haunting was sich gut entwickelt vor allem durch kamigawa so einen sprung erwischt hat einige mythographs über 10 oder an die 10 euro das ist schon mal sehr stark im verhältnis und auch die dual länder genau wie bei midnight hand sind halt hier stark ne stormcraft coast shattered sanctum deathcapt glade alle um die 5 6 euro highbreaker horror von 6 euro 70 auf 4 euro 70 gesunken wegen des reprints und talia guardian of thraben war bei 2 80 hat sie auch halbiert auf 1 40 ansonsten hat sich hier nicht viel bemerkenswertes getan alles ist so ein bisschen gesunken schon mit der zeit dann haben wir noch die box topper hier die sind halt nicht so viel wert zwischen 17 cent und 14 euro 79 erhöhen den ev von einem display um 3 euro 26 so kommen wir eben auf ein von 82 46 beziehungsweise 96 56 und wenn man sich das jetzt mal anguckt dann ist crimson war ja sogar schwächer als der afr also das sind hier die vor allem diese drei sets wurden ordentlich gereprintet ja kaltheim auch sendika alle alle haben eigentlich reprints erfahren dafür hält sich sendika natürlich noch am besten aber das ist auch schon wieder 97,89 98 prozent 2 prozent verloren im vergleich zum märz jetzt mal rot hervorgehoben also kaltheim draft dien die beides midnight hand draft und auch crimson war draft lohnt sich stand heute nicht aufzumachen und auch die anderen nicht zum resellen ihr müsst ihr immer noch fünf prozent abziehen für einzelkarten die ihr einstellt und dann werden aus fünf euro drei euro mal eben null euro oder minus also aktuell besteht der gamble eigentlich aus sendika rising box topper wer hier aktuelle standard sets aufmachen will um sie wieder zu verkaufen der sollte aus sendika rising box topper hoffen aber wir haben natürlich auch eine ganze menge andere sets die viel mehr spaß machen könnten wie modern horizons 2 commander legend 2 double masters 2 ich denke die werden langfristig mehr wert halten als hier die standard sets weil sie auch immer limitierte sind so dann gucken wir uns noch mal kamigawa an im ersten monat war kamigawa hatte also kann hat im ersten monat hatte kamigawa im ersten monat hatte kamigawa hier einen absurd hohen ev 122 euro für draft und 144 euro für set displays hat sich dann im märz dramatisch nach unten orientiert 96 euro 62 und 111 euro 56 wäre heutzutage immer noch gut wenn wir das halten könnten und bei kamigawa neon dynasty habe ich auch einige karten fett markiert aber diesmal ist das ein gutes zeichen die wandering emperor ist von 10 euro zu 25 euro gestiegen hildetsugu consumes all ist aus einer vier euro karte ist hier eine zehn euro karte geworden also das sind die beiden karten die deutlich deutlich an wert dazu gewonnen haben und erhöhen so den wert von den durchschnittlichen mythographs von 4,90 auf 5,10 euro dann haben wir noch ein paar rares die man nicht außer acht lassen sollte und zwar utawara soaring city ich sag es die ganze zeit schon ist genauso stark in meinen augen wie boseyo ist auch von 7,44 euro auf 13,09 euro gestiegen und bemerkenswert ist auch boseyo steigt wieder also er sinkt nicht weiter wir haben jetzt noch nicht unter 25 euro gesehen zumindest nicht auf englisch sondern er steigt im sieben tage durchschnitt sogar wieder auf 28,20 euro denn der march of otherworldly light super starker spot removal von 3,95 hat er sich fast verdoppelt auf 7,99 und hallo fable of the mirror breaker kiki jikis fable fable geschichte fable kommt aus dem nichts 30 cent wert gewesen jetzt 4,19 euro für 10 11 12 13 für 14 facht in einem monat da sind leute millionär geworden also fable of the mirror breaker aus 30 cent wurden 4,19 euro das ist ja der spitzenreiter des monats und ansonsten haben wir secluded courtyard immer noch gute ankamen wir haben die ukiwe länder die sind im schnitt noch 97 cent wert non voll sogar ein bisschen gestiegen voll sind sie von 2,35 euro auf 1,73 euro im schnitt gesunken aber nichtsdestotrotz ihr seht es schon hier dreistellige zahlen vom ev wir schauen uns die übersichtsseite an kamigawa neon dynasty hat sich definitiv erholt von 96,62 euro gehen wir auf 103,88 euro damit ist die differenz vom einkaufspreis zum ev 8,89 euro es ist auch mit abstand das teuerste draft display 94,99 euro manche andere sind hier bei 85 euro 87 euro und das set display ist nun bei 119,08 euro fast so teuer wie das oder fast so ein hoher ev wie das zendika rising set display inklusive des 28 euro box toppers 14 euro äh 14 euro differenz zum einkaufspreis aber auch mit abstand das teuerste set display mit 104,99 euro der gewinner des monats ist ganz klar kamigawa neon dynasty insbesondere fable of kikijiki und oder fable of the mirror breaker und natürlich auch wandering emperor hede tsugo consumes all in diesen produkten ist ja auch gar kein hede tsugo neon ink treatment drin das heißt obwohl so viel aufgemacht wurde wirklich kamigawa wurde ja wirklich aufgerissen allein ich hab hier 24 collector displays aufgemacht und ein paar set displays okay das ist natürlich auch nur ein bruchteil des marktes aber das ist meine subjektive wahrnehmung dass hier viel aufgemacht wurde und ja sieger des monats definitiv kamigawa ist aber auch ein starkes set ich bin gespannt welche karten sich dann noch so durchsetzen werden reckoner bankbuster vielleicht ähm oder ein paar ninjas ein paar samurais mal schauen was so im nächsten set kommt was coole interaktion mit kamigawa karten bringen wird nächsten monat im mai sehen wir dann auch hier schon streets of new carpenna ich bin gespannt was dieses set bringt die box topper sind ja wenig underwhelming fast noch schlechter als crimson wow weil da immer die gleiche karte drin ist ähm aber ich lasse mich überraschen und danke für eure aufmerksamkeit bis zum nächsten mal euer patrick wenn ihr sehen wollt wie ich den ev von kamigawa collector displays berechnet habe dann schaut euch doch mal das video hier an das könnte interessant für euch sein da kommt im monat mai auch ein update allerdings ist das derzeit das einzige deutsche video zum ev von collector displays displays